Du bist so nie dieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hört mir zu. Kann ich doch mal einander reden? Was willst du? Reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein. Vielen Dank. Ich komme aus einer Familie, wir haben total viel Musik gemacht, immer früher, weil wir auch eine große Familie sind und irgendwie so viel gesungen haben, aber ich mache das eigentlich auch total gern, das ist wichtig, aber irgendwie ist es so, da habe ich noch nicht die Leute gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt Musik. Ich würde es nicht irgendwo alleine singen unbedingt wollen oder so. Chor habe ich früher viel gesungen. Ich würde es nicht so, da habe ich früher gesungen.